Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo und heute möchte ich euch zeigen, wie man bei Socken die Sternchenspitze strickt. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen der Fußspitze, die man für Socken stricken kann und in diesem Video möchte ich euch ganz gerne die Sternchenspitze erklären. Ich habe euch in meinem Kanal schon ganz viele andere Spitzen erklärt und gezeigt. Die bekannteste ist die Bandspitze, da habe ich auch bereits ein Video für gemacht. Ihr findet im Übrigen in der Playlist alles Mögliche zum Thema Socken stricken und Socken häkeln zusammengefasst in der jeweiligen Playlist. Das heißt, entweder Socken stricken oder Socken häkeln und ja, dieses Video werde ich dort natürlich auch einsortieren. Und hier geht es natürlich jetzt in diesem Fall um die Sternchenspitze. Hierfür ist es wichtig, ihr benötigt, um für eure jeweilige Schuhgröße, die ihr stricken wollt, herauszufinden, wie lang ihr den Fuß stricken müsst. Einerseits benötigt ihr ein Maßband natürlich, um das Ganze abzumessen. Das Ganze wird berechnet von der Fersenmitte. Es gibt eine Tabelle, die ich euch auf meiner Webseite hinterlege und den Direktlink zu meiner Webseite, um auf diese Tabelle blicken zu können, hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr in der Tabelle die Angabe Fersenmitte. Und mit Fersenmitte ist nicht dieser Punkt gemeint, sondern Fersenmitte ist hier dieser Eckpunkt gemeint, weil das nämlich genau die Mitte der Ferse ist. Und von dieser Fersenmitte an wird abgemessen, wie lang euer Fuß sein muss, bis ihr mit der Sternchenspitze beginnen könnt. Das ist für jede Schuhgröße dort notiert. Und dann findet ihr noch einen weiteren Punkt. Ihr findet die Sternchenspitzenzahl für die jeweilige Schuhgröße in der Tabelle. Und anhand dieser Sternchenspitzenzahl findet ihr die Orientierung, wie viele Runden ihr erstmal nur mit rechten Maschen stricken müsst, um zur ersten Abnahmerunde zu kommen. Bei den Maschen, die ich hier auf der Nadel habe, ist das die Sternchenspitzenzahl 6. Wenn ihr auch die Sternchenspitzenzahl 6 habt, laut der Tabelle, dann müsst ihr jetzt erstmal 5 Runden mit durchgehend rechten Maschen stricken. Wenn eure Sternchenspitzenzahl 7 ist, dann strickt ihr insgesamt 6 Runden mit ausschließlich rechten Maschen. Wenn eure Sternchenspitzenzahl 5 ist, dann müsst ihr 4 Runden jetzt mit rechten Maschen stricken. Also immer eine Rundenzahl weniger als eure Sternchenspitzenzahl ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu kompliziert ist, aber eigentlich kann man sich das ja ganz gut merken. Aber man muss halt eben achten, dass man nicht mit den einzelnen Zahlen durcheinander kommt. So, also. Ich nehme lieber die spitzere Seite der Nageln. Und ja, wie gesagt, ich stricke jetzt erstmal hier in meinem Fall 5 Runden durchgehend rechte Maschen, bis ich dann zu meiner ersten Abnahmerunde komme. Und wenn ich dort angekommen bin, das arbeite ich jetzt erst einmal vor, dann zeige ich euch natürlich genau an diesem Punkt, wie es weitergeht. Wenn ihr eure Runden dann fertig gestrickt habt, geht ihr danach in die erste Abnahmerunde. Und wann ihr die Abnahmen strickt, das richtet sich auch nach der Tabelle nach eurer Sternchenspitzenzahl. Ist eure Zahl die 7, dann wird jede 6. und 7. Masche rechts zusammengestrickt in der Abnahmerunde. Ist eure Sternchenspitzenzahl die 6, dann wird jede 5. und 6. Masche rechts zusammengestrickt. Ist sie 5, dann wird jede 4. und 5. Masche rechts zusammengestrickt. So kann man sich das merken und einprägen. Und genau das mache ich jetzt. Ich habe jetzt die Sternchenspitzenzahl 6, das heißt, jede 5. und 6. Masche muss ich rechts zusammenstricken. Das heißt, ich stricke immer 4 Maschen rechts und danach die 5. und die 6. Masche rechts zusammen. Dann wieder 4 Maschen rechts, 1, 2, 3 und 4 und die 5. und die 6. Masche rechts zusammenstricken. 1, 2, 3, 4 und die 5. und die 5. und die 6. Masche rechts zusammenstricken. Das ist die komplette Runde lang und das mache ich jetzt erst einmal weiter, bis ich am Ende hier angekommen bin und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt meine Abnahmerunde fertig gestrickt und ich habe euch ja eben gesagt, 4 rechte Maschen und dann eine Abnahme. Das heißt, die 5. und 6. habe ich rechts zusammengestrickt in meinem Beispiel. Das bedeutet für mich jetzt, ich muss ja jetzt erstmal wieder mehrere Runden mit rechten Maschen stricken, bis ich in die nächste Abnahmerunde gehen kann. Und dann fragt man sich natürlich, wie viele Runden jetzt rechts. Sind das immer wieder 5 Runden bei mir? Nein. Jetzt ist es so, dass die Anzahl der Maschen, die ich eben gestrickt habe, bis zur Abnahme, in meinem Fall waren es 4 Maschen, das bedeutet, dass ich jetzt nur noch 4 Runden glatt rechts stricke. Und anhand dessen könnt ihr euch orientieren. Also, das andere war ja so ein logisches Ding quasi, oder Regel der Sternchenspitze. Und jetzt könnt ihr euch daran orientieren, wie viele Maschen ihr eben gestrickt habt bis zu eurer Abnahme. Und das sind in meinem Fall in den Zwischenräumen 4. Das bedeutet 4 Runden glatt rechts, bis ich in die nächste Abnahmerunde gehe. Und genau das arbeite ich jetzt vor. Und dann geht's gleich weiter. So, ich habe soeben meine 4 weiteren Runden glatt rechts ohne Abnahme gestrickt. Und jetzt komme ich zur zweiten Abnahmerunde. Eben habe ich ja jede 5. und 6. Masche rechts zusammengestrickt. Und jetzt ist es so, in der nächsten Abnahmerunde, dass ich jede 4. und 5. Masche rechts zusammengestrickt. Das heißt, ich stricke jetzt 3 Maschen rechts und die 4. und 5. Masche werden rechts zusammengestrickt. Die komplette Runde 1, 2, 3, und die 4. und 5. Masche rechts zusammengestrickt. 1, 2, 3, jede 4. und 5. Masche rechts zusammengestrickt. Das passt ihr dann an eure Abnahmen an. Also wenn ihr jetzt bei einer anderen Sternchenspitzenzahl natürlich angefangen habt, gleicht ihr das an. Wenn ich diese Runde fertig habe, stricke ich dann natürlich 3 Runden glatt rechts ohne Abnahmen, weil ich ja hier am Anfang oder in den Zwischenräumen immer 3 rechte Maschen gestrickt habe. Daran orientiert es sich. Danach, also wie gesagt, 3 Runden glatt rechts ohne Abnahmen. Danach folgt wieder eine Abnahmerunde, wo ich dann jede 3. und 4. Masche rechts zusammenstricke. Und so geht das immer weiter. Ja, also ich hoffe, ihr habt das Prinzip der Sternchenspitze jetzt verstanden. In welchen Abständen und mit wie vielen Runden dann ohne Abnahme weiter gestrickt wird bis zur nächsten Abnahmerunde. Und ich setze das Ganze jetzt fort, bis ich ganz zum Schluss nur noch 8 Maschen insgesamt auf meinen Nadeln habe. Und dann, wenn ich dort angekommen bin, zeige ich euch den letzten Arbeitsschritt. Ihr werdet dann in der letzten Runde, um auf diese insgesamt 8 Maschen, die dann noch übrig bleiben zu kommen, jede Masche, also nur noch Abnahmen stricken. Das heißt, da kommt dann keine weitere rechte Masche mehr dazwischen. Das ist ganz normal. Und danach hört ihr auch auf, danach kommt keine Runde mehr mit rechten Maschen. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal den Faden abgeschnitten, wie ihr seht. Denn ich nehme jetzt meine Wollnadel zur Hand und zeige euch den letzten Arbeitsschritt, um die Socke beenden zu können. Und ich fädele mit der Wollnadel jede einzelne Masche jetzt auf die Wollnadel. Erstmal von Nadel 1. Es ist ein bisschen fitzelig, aber es geht. Es ist nicht so, dass es nicht schaffbar ist. Dann von Nadel 2. Und dann brauche ich nur noch vorsichtig hier an dem Faden zu ziehen und schon schließt sich die Öffnung. Und ich fädele den Faden noch ein bis zwei Runden hier hindurch und ziehe den fest an. Danach mache ich nochmal einen Doppelknoten, damit der Faden sich auch wirklich nicht mehr lösen kann. Und fädele ihn noch einmal hier durch. Und dann kann ich ihn abschneiden, weil dann kann er sich wirklich nicht mehr lösen. Und die Arbeit ist beendet. Die Sternchenspitze ist fertig gestrickt und sieht dann so aus. Und ich hoffe, ich habe es für euch einigermaßen gut verständlich erklären können und dass ihr auch mit der Tabelle gut arbeiten könnt und das gut nacharbeiten könnt. Und wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefallen hat, würde ich mich selber gefällt mir, Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt das als eine der Ersten nachstricken. Und wenn mal Fragen offen sein sollten, wenn etwas unklar sein sollte, könnt ihr jederzeit auch diese Fragen in meiner Facebook-Gruppe loswerden. Den Link findet ihr auch in der Infobox unter diesem Video. Und dort findet ihr ebenso auch einen Link, wo ihr ganz, ganz viel Sockengarn, zum Beispiel auch dieses Garn, bekommen könnt. Oder die Sockennadeln, entweder Nadelspiel oder die Crazy Trio-Nadeln, Maßband, was auch immer ihr zum Sockenstricken benötigt. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Bis zum nächsten Mal. Eure Romy. Tschüss. Eure Romy. 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 Vielen Dank.